Entweder wird es heute eine sehr dumme oder eine sehr geniale Idee. Ich finde es erstaunlich, wie nah das manchmal beieinander liegt. Sollten im Versuch standhalten. Achten Sie darauf, dass keine Bäume am Startplatz sind, dass kein Wasser in der Nähe ist und probiere das nichts anderes aus. Okay, es war keine blöde Idee. Grundsätzlich ist es bestimmt kein Problem, das zu verwenden, aber ich glaube nicht, dass das richtig gut funktioniert. Also ich sage mal, sie könnte es tragen, aber da sind so Sensoren und die verdecke ich leider. Okay, mein eigentlicher Plan war ein Video davon zu machen, wie die Drohne an sich fliegt. Also irgendwie, ich weiß nicht, sowas in die Richtung. Hätte bestimmt cool ausgesehen, aber die sind dafür einfach nicht gemacht. Schade. Gut, trotzdem, normal fliegen geht immer noch. Okay, genug für heute. Jetzt geht es um APS-C und Groppkameras. Ja, ich weiß, es ist ein sehr klischeehaftes Thema und es haben mit Sicherheit schon sehr viele Videos das Ganze behandelt. Doch ich habe heute vielleicht noch ein paar Tipps für euch, die ihr noch nicht kanntet. Um euch das heute zeigen zu können, brauchen wir natürlich erstmal zwei Kameras. Und zwar erstmal eine Vollformat-Kamera und eine APS-C-Kamera. Das Erste, was ihr schon merkt, ist, dass die Kameras natürlich eine komplett andere Größe haben. Die Vollformat ist deutlich größer als die APS-C, was auch dafür sorgt, dass wir viel kleinere Kamera-Setups mitnehmen können. Die Objektive, die auf eine APS-C-Kamera passen, bei der Gelegenheit im Übrigen, wenn ich APS-C sage, meine ich auch Micro Four Thirds und ich weiß nicht, was es noch alles gibt. Groppkameras in dem Moment. Ich meine das Gleiche. Wir können deutlich kleinere Objektive draufsetzen, weil die APS-C-Kamera hat einen deutlich kleineren Bildsensor. Dementsprechend muss das Objektiv nicht so einen großen Bildsensor abbilden und kann ebenfalls kleiner sein. Weniger Glas, das macht das nicht nur günstiger, sondern deutlich kleiner, deutlich leichter. Vollformat hat allerdings noch ein paar andere Vorteile und darum geht es gleich. Okay, bevor wir jetzt anfangen mit Vor- und Nachteilen, welche Kamera ist für wen das Beste oder sowas in die Richtung, möchte ich erstmal den theoretischen Unterschied zwischen diesen beiden Geräten erklären. Und zwar zwischen der Vollformat-Kamera und der APS-C-Kamera. Auf beiden Kameras ist aktuell die gleiche Einstellung, Blende 5, Fünfzigstel Sekunde und das gleiche Objektiv, also nicht das gleiche Objektiv, aber zumindest einmal die gleiche Brennweite. So, was für einen Unterschied sehen wir? Die Kamera ist deutlich näher dran. Nicht, weil ich irgendwie näher ran gesoomt hätte oder sowas in die Richtung, sondern weil sie das Bild ein kleines bisschen zuschneidet. Wir haben einen kleineren Bildsensor und trotzdem Objektive, die darauf ausgelegt sind, naja, auf dieser Kamera zu funktionieren. Heißt nicht, dass das nicht funktionieren würde oder sowas, sondern die Brennweite wird halt anhand von Vollformat angegeben. Das, ja, gibt gewisse Einschränkungen, gibt aber auch deutlich mehr Möglichkeiten. Doch bevor ich zu den Vor- oder den Nachteilen komme, es gibt kein wirkliches Besser oder Schlechter. Es gibt Leute, die sagen, na, ich würde gern zu Vollformat upgraden, wo ich mir überlege, so, warum ist das ein Upgrade? Oder die sagen, ich brauche eine Vollformat-Kamera, weil dann werde ich ein besserer Fotograf. Das stimmt überhaupt nicht. Man kann mit APS-C-Kameras oder Crop-Kameras richtig geniale Fotos machen und braucht eigentlich kein Vollformat. Außer man möchte gewisse Limits umgehen, beziehungsweise gewisse Dinge erreichen. Das erste Limit, das wir beim Verwenden von einer APS-C-Kamera haben, ist natürlich dieser Crop-Faktor. Das Bild ist ein bisschen zugeschnitten. Normalerweise, jetzt beim Beispiel von der Canon 80D, die ich hierfür verwende, ist das, ja, ein Crop-Faktor von 1,6. Das heißt, die Brennweite, die ich hier verwende, das 1740 auf 17 mm, ist eigentlich eher, ja, sind eher 30 mm. Als würde ich auf meine andere Kamera ein 30 mm Objektiv machen. Das sorgt dafür, dass wir nicht ganz so weitwindig gehen können, wie wir es eigentlich mit einer Vollformat-Kamera könnten. Jetzt könnte man natürlich denken, na, dann hole ich mir doch einfach ein 10 mm Objektiv. 10 mal 1,6 gibt 16, egal, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Es gibt theoretisch das Bild, das ich mit einer Vollformat-Kamera hätte. Doch hier hat man einen Unterschied überhaupt nicht bedacht. Denn der Bildsensor beeinflusst das Sichtfeld, das Objektiv beeinflusst den Bildwinkel. Das heißt, wir haben mit den 10 mm einen extrem großen Bildwinkel. Alle Verzeichnungen und alle Effekte, die dieses gigantische Objektiv hat, sind auch auf dem Bild zu sehen. Aber wir haben nur ein Sichtfeld, das wir mit 1,6 multipliziert haben. Das heißt, es wird zugeschnitten. Es ist nicht so, als könnten wir einfach eine andere Brennweite auf unsere Kamera setzen und würden den exakt gleichen Look hinbekommen. Es ist eine Möglichkeit, wie man in diese Richtung kommt, aber wirklich weitwinklig, mit diesem Effekt, kriegt man es nur mit einer Vollformat-Kamera hin. Heißt es, dass APS-C-Kameras schlecht sind? Nein, denn sie haben einen gigantischen Vorteil. So, dass ihr den direkten Unterschied mal seht, das ist das gleiche Setup auf Vollformat. Ihr seht schon mal, es ist deutlich weitwinkliger, wirkt nochmal komplett anders. Der Vorteil von APS-C-Kameras, was den Crop-Faktor angeht, liegt in der Entfernung. Denn in dem Moment, wo wir weit entfernte Motive fotografieren möchten, ist ein Crop-Faktor von enormem Vorteil. Denn ein 200mm Objektiv fährt plötzlich zu einem 320mm Objektiv und wir kommen viel näher an einem Motiv ran, als wir es mit der Vollformat-Kamera könnten. Es hat alles Vor- und Nachteile. Das war der erste Unterschied zwischen APS-C und Vollformat. Doch durch diesen Crop ergibt sich noch ein zweiter. Und zwar, die Blende wird ganz anders beeinflusst. In dem Moment, wo wir eine Blende einstellen wollen im Vergleich zum Vollformat, müssen wir es ebenfalls mit dem Crop-Faktor multiplizieren. Denn wenn ihr mit einem 50mm 1.8 fotografiert, beispielsweise mit so einer typischen Festbrennweite, wirkt diese 1.8 Blende nicht so wie auf Vollformat, sondern sie wirkt eher wie eine 2.8 Blende auf Vollformat. Ja, ich vergleiche es sehr viel mit Vollformat, doch es ist eigentlich was, wovon ich euch abraten würde. Denn man hat ja nicht zwei Kameras. Es ist ja nicht so, als würde man sagen, ich wechsle dazwischen ständig und muss dann umrechnen, wie würde das Bild genau so aussehen. Aber ich möchte euch eine ungefähre Vorstellung geben, welchen Effekt welche Kamera gibt. Das bedeutet, wenn wir mit einer offenen Blende fotografieren wollen, ist der Hintergrund nicht ganz so unscharf, wie wenn wir eine Vollformat-Kamera nehmen würden. Gilt natürlich, ich sage mal, der Crop-Faktor gilt natürlich bei anderen Kameras ebenfalls. Micro Four Third hat meist einen Crop-Faktor von über 2. Ist nochmal ein Unterschied. Und es hilft dir an der Stelle auch nicht viel, andere Objektive zu nehmen, weil die werden immer damit multipliziert. Immer. Wenn das also Limits sind, die dich stören, wenn du jemand bist, der gerne weitwinklig fotografiert oder jemand bist, der gerne mit sehr großer Offenblende fotografiert, dann würde ich dir eine Vollformat-Kamera ans Herz legen. Es heißt nicht, dass APS-C-Kameras schlecht sind. Es heißt nicht, dass APS-C-Kameras deswegen keine tollen Bilder machen können. Aber sie kommen nicht in solche Extremen, wie es eine Vollformat-Kamera könnte. Jedes hat Vor- und Nachteile, doch es gibt natürlich noch ein paar Feinheiten. Die Feinheiten lassen sich erst einmal im Preis wiedergeben. Vollformat ist normalerweise teurer als eine Crop-Kamera. Liegt daran, dass die Sensoren deutlich größer sind und dass die Zielgruppe nicht ganz so groß ist. Und dementsprechend hebt man den Preis an. Ansonsten haben wir natürlich noch das Thema Gewicht. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Mit einem Crop-System ist man meistens deutlich leichter unterwegs als mit einem Vollformat-System. Vollformat-Objektive sind immer schwerer als die, die nur für Crop funktionieren. Ich hätte gerne mal, dass ich ein Crop-Objektiv auf einer Vollformat-Kamera nutzen kann. Aber das funktioniert leider nicht so einfach. Dementsprechend muss ich eben auch darauf verzichten. Dieser Crop-Faktor gilt sogar für Smartphones. Smartphones haben extrem kleine Sensoren. Dementsprechend haben Smartphones auch einen extrem hohen Crop-Faktor. Wenn wir das jetzt mal umrechnen auf das iPhone 6, da habe ich ein paar Infos zu dem Thema gefunden. Das iPhone 6 hat einen Crop-Faktor von 7,2. Dementsprechend müsste man, um ein gleiches Bild mit einer Vollformat-Kamera hinzubekommen, ein 30mm-Objektiv nehmen und es auf eine Blende 16 stellen. Das ist die offenste Blende, die es beim iPhone 6 gibt, eine Blende 2.2. Umgerechnet ist das so ein klein bisschen komisch. Doch das soll euch nicht davon abhalten, jetzt tolle Fotos zu machen. Ich möchte jetzt nicht sagen, ihr braucht eine Vollformat, ihr müsst unbedingt upgraden, weil es muss kein Upgrade sein. Es kann sich sogar als Fehlkauf herausstellen, weil vielleicht fotografierst du Motive, da brauchst du keine extreme Unschärfe. Vielleicht fotografierst du Motive, wo du gar kein extremes Weitwinkel brauchst. Die Kameras, dadurch, dass die Entwicklung immer weiter voranschreitet, gibt es qualitätsmäßig keinen so großen Unterschied mehr. Denn diese Grenze zwischen Vollformat und Crop-Kameras, die verschwimmt immer mehr. Man kann mittlerweile nicht mehr wirklich unterscheiden, ist es mit einer Crop-Kamera entstanden oder ist es mit einer Vollformat-Kamera entstanden. Hier ist der Unterschied zwischen der Bildqualität nicht mehr ganz so extrem, wie das vor Jahren noch war. Klar ist normalerweise die Regel, in vielen Fällen kriegt man aus Vollformat deutlich mehr raus, hat deutlich höheren Dynamikumfang und hat eine deutlich bessere ISO-Qualität. Also wenn man den hohen ISO-Wert fotografiert, rauscht das Bild meistens nicht so schnell. Aber die Grenze verschwimmt immer mehr. Und ich bin der Meinung, dass man mit APS-C-Kameras definitiv gute Bilder machen kann. Man kann mit jeder Kamera gute Bilder machen. Ich sage es immer wieder. Dementsprechend macht euch weniger Gedanken drum, ob jetzt eine größere Kamera der richtige Weg für die ganze Sache ist. Sondern überlegt euch, wie ihr mit den Limits, die eure Kamera nun mal hat, die hier hat auch Limits, wenn ich sehr weit entfernte Motive fotografieren möchte, dann wünsche ich mir manchmal eine Crop-Kamera. Doch in der Sekunde ist das gar nicht mal so relevant. Denn überlegt euch, wie ihr mit eurer Kamera, die ihr gerade habt, geniale Fotos machen könnt. Und wenn ihr irgendwann feststellt, dass es hier ein Limit gibt, weil ihr sagt, hey, ich fotografiere nur Ultra-Weitwinkel, weil ich gerne Architekturfotograf bin. Und das passt eben da super genial. Und ich bin ständig limitiert und überlege mir ständig, wie ich das noch besser hinbekomme. Dann ist es vielleicht so weit, auf eine Vollformat-Kamera zu wechseln. Doch APS-C-Kameras bieten so viele Möglichkeiten, dass man es eigentlich gar nicht braucht. Also ihr merkt, zum Schluss ist es eher die persönliche Vorliebe des Fotografen. Das, was er am meisten fotografiert und weniger, wie viel Geld er für seine Kamera ausgegeben hat. Überlegt euch das, denkt drüber nach, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr für Meinungen über das Thema habt. Ich denke mal, die meisten werden mit Crop-Kameras fotografieren, weil es super Einstiegskameras sind und weil sie deutlich günstiger sind als die Vollformat-Kollegen. Doch ja, vielleicht fotografiert auch jemand mit Vollformat und es war der Wechsel seines Lebens. Es macht auf jeden Fall einen Unterschied, wenn man mit Vollformat fotografiert, gerade wenn man Unschärfe mag, wenn man Weitwinkel mag. Deswegen fotografiere ich damit. Doch das soll nicht heißen, dass sie besser sind als Crop-Kameras. Es geht einfach um die persönliche Vorliebe. Am Ende vom Tag ist es nur ein Werkzeug und ein Werkzeug, das zum Ergebnis führt. Und das Ergebnis ist das, was wirklich zählt. Okay, das war's für heute. Cool, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schaut vorbei auf videokurs.eu für den kostenlosen Fotografie. Einmal ein Basic-Video-Kurs. Und ja, wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Das ist jetzt das Problem an Crop-Sensoren. Durch den Crop ist die Kamera so weit weg. Dieses auf die Kamera klatschen, dass es dunkel wird. Das kann ich hier nicht machen. Die steht da hinten. Das ist voll der Eingriff in meinen Workflow. Ich finde das unglaublich. Das ist voll der Eingriff in meinen Workflow.